Willkommen zurück Willkommen So, wo bist du eigentlich? Im Wald So, auf geht's Wo im Wald warst du hinter mir? Ja, da Ich wollte grad sagen, ich überhole dich grad aber Ok, du bist sicher, dass wir auf dem Weg nach Dings sind? Oh ja, ich seh's Oh, die so schlechte Orientierung sind hab ich denn im Spiel nicht Ja, er wird besser, er wird besser Ok, dann Hm, lass uns doch gleich mal Ich glaub, da drüben ist Krankenhaus Wir könnten auf den mastierten Rächer stoßen Oh yeah, das wär cool Oh, das Wirklich online Deswegen hast du das gesagt, ne? Ja, genau Ich dachte, du meintest den aus den Youtube-Videos Der hieß, glaub ich, Green Avenger Ach ja, richtig Moment, wenn der Masked Avenger hier ist, dann hol ich hier nochmal ne Waffe raus Er weiß, wie er drauf ist Eben Hello, Citizens rum Wenn er mir mit einer M4 in der Hand entgegenkommt, dann wird er gleich abgeknallt Oh, in das Heckgebäude könnten wir auch reingehen Ja, wollen wir nicht erstmal Wow Achtung Wollen wir nicht erstmal ins Krankenhaus Warte mal Ist doch da drüben Ach, Heckgebäude ist doch viel näher Ja, aber Krankenhaus ist wichtiger Na gut Ah, den erschieße ich Ne, jetzt doch nicht, der kommt zu dir Warte, Thor's Hammer wird rausgeholt So muss das klingen Oh, das ist der nächste Gucken, ob ich ihn auf 30 Meter treffe Oh, das ging an den Meter über ihn Gibt's ja gar nicht Gibt's ja gar nicht Gibt's ja gar nicht Ey Kann's auf dich sein Sind wir auch So, ich werd gleich mal die Leiter hochklettern Du kannst gerne durch die Vordertür Brau keiner Leiter mehr in dem Spiel, tut mir leid Ich hab echt Panik davor Was? Es waren noch keine Leiter Es waren noch Treppen Bei mir erstmal bin ich an der Leiter vorbeigeglitscht Oder bin an die Leiter gegangen Bin dann vorbeigeglitscht Und dann runtergefallen und war tot Okay Uh Ich werd'n Zombie Ja, der ist hier unten bei mir wahrscheinlich Ja Direkt in die Leiste Leiste Rejectionwall Lassen wir's jetzt mal da Ja So, hier oben gibt es ein Adrenalin Und noch ein Adrenalin Gute Ausbeute Ja Beide in meinen Pants gelandet Das ist nicht so gut Die werd' ich gleich mal umbauen Ich trau' meinen Pants nicht mehr So, ich komm jetzt so runter Er traut seinen Pants nicht mehr Er traut seinen Pants nicht mehr Bin jetzt im Erdbeschluss Aber ich bin draußen Hast du alle Türen schon durchgesucht? Ja Durchsucht meine ich Ich hab' alle Türen durchsucht So, auf geht's Oh Ich würd' gern da hinten in das Gebäude reingehen Wo wir vorbeigelaufen sind Moment Oh fuck Nicht bewegen Na du hast geschossen, gut Sag mal, knallt das so laut bei dir? Ich hör' das immer doppelt Ja, es war eben grad auch ein Doppelter Wird schon wieder einer Oh, der kommt nicht alle hergelaufen Wo? Der nächste kommt gleich durch die Mauer geglitscht Und ist wieder hinter uns Lass ihn Hier willst du rein? Ja Oh, ich bin grad durch die Tür Cool Einfach auch mal so Ne, bei mir hast du auf Bei mir hast du aufgemacht Aha Lass mich doch durch Ja, ich bin ganz woanders Ich glaub die Server lag' grad wieder ein bisschen Wahrscheinlich gibt's bald wieder einen Neustart Vielleicht sollte man vorher nach Balota gehen, ne? Jetzt möcht' ich mal hier mal durchgucken Lägt' du Feuerangst, wenn du noch keine hast Ich hab' eine und mit der bin ich ganz zufrieden Was ich brauch' ist ein Magazin für die Pistole Ich brauch' ein Magazin für die N4 Ganz dringend So, wo geh' ich denn mal hin? Ich kenn' mich hier leider nicht aus Ah, ich geh' zu dem kaputten Hotel Geht's jetzt alleine auf Kirsch? Ja, du kommst bestimmt nach, oder? Ja, ich wollt' nur wissen, ob du dann Dann weiß ich, wie ich jetzt ein bisschen mehr auf mich achten musst So ne Machette Ich glaub' die Chance, dass wir hier irgendjemanden treffen, ist sehr gering Jetzt hast du's gesagt, du wirst sterben Nein, so schnell sterbe ich nicht Ich hab' einen blauen Rucksack auf Ja Genau, der blaue Verdammt, ich gibt's keinen Ausgang Wo bist du denn? Todesfalle Immer auch in der Schule Nein, ich bin hier in diesem Firmengeländer Aber hier gibt's keinen Ausgang durch die Mauer Jetzt muss ich wieder den ganzen Weg zurück Und einmal komplett außen rum Ich bin auch gleich unten Ah, ist das ein Mist Zombie? Da schlossen direkt in die Knöchel Oh, du bist ja fies Wo bist du jetzt durchgegangen? Ich bin jetzt hier bei dem grünen Haus erstmal Was? Feuer so überall Dann mach ich zu dem kaputten Hotel Ich geh zur Feuerwache Ich weiß nicht mal, wo die ist Das Treffnuss bei dem kaputten Hotel Und von da aus komme ich dann Gehen wir zur Feuerwache Oh, was ist denn das? Irgendwas in der Papierpackung Reis Kann man den essen? Reis kannst du essen So, roh? Ja Lecker Lecker Das knuspert schön Na, als wenn du Schipps isst Dann hau ich erstmal die ganze Tüte Reis rein Geh du schon mal zur Feuerwache Nimmst du den Weg dahin? Nein, aber ich finde das Ding schon Nimmst du den Weg dahin? Nein, aber ich finde den Weg schon Ja, so groß ist die Stadt nicht Jetzt getroffen? Nee Knusper, Knusper, Knäuschen Knuspert in meinem Häuschen Denkt sie jetzt, dass du mir da hier wohnt Also das war jetzt ja gerade Also die Magnum ist doch recht ungenau Ja, aber sie tut weh, wenn sie trifft Wenn sie trifft, ja auf jeden Fall Ist wie wenn dir jemand mit Torshammer in den Brustkorb haut Ist die FN genauer? Ähm, das weiß ich, müssen wir mal testen Ja, für die findet man so gut wie keine Munition Die FN? Ich hab massiv Munition Ja Echt? Deswegen hätte ich auch hier ein Magazin für die Pistole Damit ich die mit so noch nutzen kann Ich find überall Magnum-Muni Kann bis jetzt nur eine Kugel in die Kammer laden Das ist nicht gerade der Bringer Naja, aber reicht, um nicht selbst zu erschießen, ne? So, ich betrete gleich die Feuerware So, ich hab mein Reis endlich komplett gefuttert War ziemlich viel drin in der Packung Und ich bin immer noch nicht satt Jetzt wieder raus hier Feuerlöscher, ganz viele Feuerlöscher Oh, sehr schön Welchen Zustand ist das? Small protector case badly damaged Ne, den will ich nicht Ich glaube, das ist auch mal gut Oh, was ist denn das hier? Bären-Töter-Munition Steck ein Ah, ich hab die Feuerwache gesehen Aber ich geh jetzt nicht rein, wo du schon da bist Ich werd mal hier ins Krankenhaus marschieren Ah, Magnum-Munition Jawoll Wo ist denn hier ein Krankenhaus? Hier? Hilft ihr das? Ja, das ist total super duper Ortsangabe Aber Adrenalin-Stick hab ich gefunden Oh, was sind das? Alkohol-Tinktur Womber trinken wir ein Bier an? Bei Krankenhäuser in dem Ort Schaut so aus, ne? So, ist ja toll So, treff uns beim Supermarkt Ich find den bestimmt Ja, geh schon mal vor Gut Wasserreinigungs-Tabletten braucht man auch noch nicht Haben denn da? Quarz Rasta Quarz Oh, was ist denn das? Wild Node? Hat jemand reingeschrieben? Oh, Pell-Killers Geil BAM Und die Erde bebt Okay, ich brauch ganz dringend mal Nahrung Ich geh jetzt mal von Haus zu Haus Reichhölzer Nee Ja, komm doch zu mir Ich hab doch verdammt viel Nahrung Das musst du selbst essen Mir geht's wahrscheinlich besser wie dir Aber ich will immer essen bis ich Saft bin So, mir geht's wunderbar Ich bin energised, hydrated und healthy Ja, ich bin energised und hydrated, aber nicht healthy Aber ich bin auch nicht stuffed Und das ist ein Problem Finde ich nicht So, ich hab ein Bier gefunden Ich hab das mal getrunken So, ich hab ein Bier gefunden Ein Kinderschulranzen Yippiei Hast du grad geschossen? Ja Man ist etwa gehört Ja Extra leise geschossen Ja Und da jetzt auch wieder mehr Mitspieler auf diesem Server sind Komm ich jetzt schon mal paranoia auf Oh, sie sind grad richtig viel Oh nein, cool In welchem Haus bist du denn in der Welt der Gegend? Das kann ich ja nicht sagen Ich bin in irgendeinem Haus Boah, ich bin jetzt gleich auch an der Meerweite Und da sehe ich auch die Kirche Ja, hab ich vorhin auch gesehen Oh nein Prozent Klinik ich esse einfach Klinik so ungesund kann es ja gar nicht sein schießt du ja ich glaube ich habe gesehen wo lang gelaufen ist bei dieser Statue jetzt ok hast du gerade geschossen Pock Pock höre ich immer wieder ach Türen sind immer zu hier herrlich oh Gott Freddy Krügers Pulli liegt hier schon wieder rum er war da ich werde jetzt mal den Reis das wo ich gerade das Desinfektionsmittel hier sehe werfe ich mir eins mal weg wo ich eh nicht Reis nimmt zu viel Platz weg ok der wird gegessen mach ich gerade ok ich dachte du willst wegschmeißen ne der wird gegessen und wieder gegessen wird Haare 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 mit Haare 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 und Haut genau wo das war ein Knietreffer also höre ich noch schießen bei dem Reis wird es ja auf jeden Fall was trinken verdammt wie da ist ne Hüfte aber du kommst immer näher ich höre deine Schufe immer deutlicher ja ich nähere mich dem Hafen wenn dir das irgendwas wenn das hilft so viel Schraubenzieher wie in dieser Spielsession habe ich eigentlich noch nie gesehen Dinger überall rum die Bieste bau dir einen Schraubenzieher ich mache einen Schraubenzieher Fachhandel auf ich wollte da ich noch was dranhängen an das Wort aber mir geht grad nichts passendes ein ok eine Schraubenzieherkanone ja eine Schraubenzieherkanone das ist das Gute das ist der Nachfolger der Nagelgarten aus Quake mhm so dann habe ich wieder Platz in den Inventaren so ich bin jetzt am Meer ich komme gleich ans Meer ich bin doch gerade da oben und auch noch schön schön dann gehe ich eben nochmal rein also ich komme jetzt ich komme jetzt gerade aus einem Haus raus ich gehe jetzt die das Haus runter irgendwie das Haus vor allen Dingen hoch ist das ich bin auch bei der Kirche ich bin auch bei der Kirche aha ich gehe von der Kirche aus jetzt ans Meer ich bin jetzt auch wieder am Meer aber ich gehe da und wieder in das Haus rein und gehe wieder raus da ist er reingelaufen da ist er da steht er ich stehe nirgends irgendwo ich bin gerade in das Haus rein ja du bist in das Haus rein und zwar vor allem in einen Laden richtig hier ist ein ähm ein ähm opener kein opener Prostock ich habe einen Pristine und hier ist eine Dose Thunfisch für dich so ich gehe jetzt hier noch an dem Häuschen mal vorbei und dann kann man manchmal nach bei Lothar marschieren einmarschieren das klingt so böse einmarschieren ach ich meine es aber doch lieb ja natürlich weil viele lieb so wo war denn hier auskommt ja okay weißt du was ja du wirst es nicht glauben aber die 20 Minuten sind schon wieder so gut wie rum gut aber ich möchte mich nicht hier ausloggen nee lass uns doch hier direkt an den Hafenbau hinstellen und ausloggen nee ich muss kann nee pass auf hier da vorne sind äh das ist ein schlechter Ort ne gut wir hätten auch wieder in die Kirche gehen können ich finde ich auch nicht so sicher ich bin jetzt hinten bis zu den ja bis da vorne zum Meer da hinten ist so ein Schuppen glaube ich das sind mehrere Schuppen so wie es aussieht sehr schuppig hier ich leg mich in das Gebüsch ich geh zum Schuppen das ist mir sicherer oder Schuppen da vorne sind ein paar okay ah okay das Tor ist schon offen das heißt da war schon jemand dieser Waffe rausholen ich weiß nie ich glaube der Schuppen ist gar kein Schuppen aber man kann trotzdem rein nö wir sind beidseitig offen ah hier kann man zumachen ah ich kann mich nicht mehr in irgendwelche Richtungen drehen was als wenn irgendwie mein Bewegungsfeld arretiert wäre oder 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 rückwärts ah jetzt geht's wieder ah ah ne kommst du jetzt kann ich mich mehr drehen jetzt geht's wieder ja dann kommen wir hier rein und dreh dich in die Hütte rein jetzt hab ich grad einen Schreck bekommen okay man kann die Tür auch zumachen ne ne nur die hintere hier oh cool ich hab's grad probiert aber mir ging's nicht naja so vielen Dank fürs zuschauen hinterlasst ruhig ein paar Kommentare bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal tschüss tschüss